Ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost of Tsushima. Ja, in diesem Part werden wir noch weiter Tsushima durchstreifen und hier noch ein paar Fragezeichen und Quests machen, die wir noch offen haben. Ja, erst mal ein bisschen Side-Questen, das muss doch sein. So, wollen wir mit dem quatschen? Mit der Person hier drinnen? Na komm. Machen wir das mal schnell. Ach, Quatsch. Oh, Verräter. Das würde ich als allererstes am liebsten machen. Das ist schon hier oben, kann das sein? Ah, dann noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Gut, dann behalten wir das erstmal auf. Aber so weit entfernt? Und dann kriegt sie davon Bescheid? Hm, vielleicht hat sie da Verwandte oder so? Einfach dran vorbei geritten. Fürst Sakai. Ja, kein Problem. Die Asamo-Bucht ist jetzt endlich mal befreit. Nein, weißt du wohl, ich wollte nur die Blume nehmen. So, Blume. So, wo muss ich hin? Irgendwo ist ein Fragezeichen-Ort. Haiku schreiben oder Fuchs schreien? Da. Ein Haiku. Oh, schön. Dann machen wir das mal. Ah, sieht so nice aus, ne? Die Rüstung, die wir gerade tragen. Über den Tod sinnieren. Okay. Was haben wir denn? Nie endender Fluss. Fluss. Friedvoll ruhen wir. Sorgen dämmt Wachstum. Ich bin der nie endende Fluss. Die kalte Erde unten. Höher nach. Aufklettern wir. Aufklettern wir. Verteidiger ohne Furcht. Na, Verteidiger ohne Furcht. Gedeihend und frei. Gedeihend und frei. Gedeihend aus Träumern. Bereit fürs Ende. Nie endender Fluss. Verteidiger ohne Furcht. Bereit fürs Ende. Passt doch auch irgendwie. So, neues Stirnband. Später. So, nächstes Fragezeichen ist hier. Arvis fährt Nobu. Mal gucken, wann wir die nächste Rüstung kriegen. Beziehungsweise, ich könnte mir die Sakai Rüstung holen. Was unser Onkel ja erwähnte. Jin, es wird Zeit. Ist würdig, diese Rüstung zu tragen. Vielleicht. Vielleicht machen wir es auch mal. Auf jeden Fall möchte ich die Rüstung haben, die ich auf dem Thumbnail noch drauf habe. Da fuhre ich mich ja richtig drauf. Da lag er der Überlebenden. Nö, erstmal nicht. Ich habe genug. So, sonst ist hier nichts... Nein, 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 nein. Ich komme dann schon zu dir. Ja, hier ist nichts weiter. Außer ein paar Materialien. Gut, dann... Ja, gehen wir hier hoch. Oder? Hier ist alles offen. Was haben wir hier? Strohhutlager. Machen wir da eine Schnellreise und dann von da. Und dann gehen wir rüber auf die andere Seite. Und machen da die ganzen Sachen. Ja, in letzter Zeit erstmal ein paar Sidequest Parts. Aber es macht auch Spaß, diese Sidequests einfach mal so abzuschließen. Es geht auch fix und flink sind wir hier durch. Es gibt auch schöne kleine nette Storys, ne? Es ist echt nicht schlecht gemacht. herausfordern. Keine Zeit für euch. Blündert dann nur gerne weiter. Ich habe etwas anderes vor. Kampfmusik, yeah. Ich bin aber trotzdem irgendwie auch total gehypt und gespannt auf die... weiteren Story Mission. Kann ja nur noch gut werden. Kann ja nur noch gut werden. Oh, hier steht ein Mönch. Mein Herr. Es ist furchtbar. Okay. Okay. So viele Tote, aber kein Blut. Was ist passiert? Eine Seuche, mein Herr. Man hat Leichen in den Brunnen geworfen. Und diese Menschen tranken nichts ahnend daraus. Ein grauenhafter Tod. Wir sollten sie begraben. Wir müssen sie verbrennen, damit die Seuche sich nicht ausbreitet. Aber... Das wird leider nicht reichen. Einer der Kranken wird vermisst. Ich finde ihn. Von hier führen Fußspuren weg. Er wollte wohl Hilfe holen. Wenn er lebt, bringe ich ihn zu einem Heiler. Ansonsten verbrenne ich ihn. Okay. Unentdeckter Ort. Ein Fuchs schreien. Okay. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Zack und weg ist er. Du bist flink. Haben wir jetzt voll den Umweg gemacht. Ich werde den austricksen. Den durch den Spalt zwingen. Lauf nicht weg. Ich will dich noch streicheln. Die sind immer weg. Warum sind die immer weg? Nein. Na toll. Dann streichen wir keinen Fuchs. Ist okay. So. Wir haben kein Windziel. Da ist der gefallene Außenposten. Den holen wir uns jetzt. Oder ist die Quest jetzt deswegen abgebrochen. Nein. Nö. Okay. Ja. Vielleicht ist er ja in den Außenposten. so. So. das Mongolen die da rein rennen. Kämpfer. Gut. Okay. Dann mischen wir schnell mit. Was? Warum nicht? Angriff. Alter. Ich war gerade dabei einen Atemfahrt zu machen. Okay. Wo ist er denn? Da oben. Ja. Der Move ist echt schon geil. Diese. Zack. Wen habe ich denn gerade erschossen? Da lebt noch einer. Habe ich jetzt den? Ich glaube ich. Entweder war das ein Bandit. Oder es war eine ganz normale Person. Die hier sind am fighten und ich schieße den Fall schon ab. Das muss ich mir später nochmal angucken. Aber es kann auch sein, dass das Banditen waren. Weil die sind ja auch echt aus auf die Schätze die die hier haben. Und die ganzen Vorräte und das alles. Warum nicht so geballte Stärke und dann gleich angreifen. Ich würde sagen das kann man tun und machen. Leider hat das nicht viel gebracht. Entweder werden sie an den Mongolen gescheitert oder später an meinem Auftreten. So. Gucken wir nochmal hier in das Häuschen. Ja. Sieht gut aus. Wenigstens etwas. So. Dann ist das befreit. Dann müsste jetzt hier auch die Karte sich aufdecken. Hier ist nur noch so ein grauer Fleck. Aber egal. Ja. Dann. 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 Ja. Hier ne. Machen wir die Quest. Puh. Noch so ein Außenposten da. So. Gut. Ich kann jetzt nicht sagen. Dass das jetzt extrem schwierig gewesen wäre. Weil. Es war ja schon alles abgeräumt. So. Ja. Hier waren wir auch schon ewig nicht mehr. Und. Ah. Das ging nicht. Abrolle. Zu hoch. So. Dann. Marker setzen. Und losgeritten. Der Wert von Sage. Okay. Bambus. Was haben wir da oben nochmal gefunden? Hilfe. Ich bin verletzt. Okay. Tut mir leid. Sie haben mich gezwungen. Achso. Was? Ist das denn der Diebe? Oder was? Boah. Mann. Stimmt ja nicht mit euch. Na dann haben sie den anderen der hier. Sie haben mich gezwungen. Den haben sie abgestochen. Das habe ich mir. Das habe ich mir tatsächlich schon gedacht. Ich bin verletzt. Er sah wirklich nicht verletzt aus. Das ist ein gutes Pferd. Das hat ihn aber das Leben gekostet. Selber schuld. nicht genug. Das trinken die Mongolen an einem Nachmittag. Ist alles in Ordnung? Äh. Darf ich euch auf eine Tasse Tee einladen? Tee. Ist das nicht die berühmte Key-Sake-Brauerei von Asamo? Bitte. Hier entlang. Der Wert von Sake. Das klingt nach einer Falle. Kann ich euch was anbieten? Und dann ist sie tot. Vergiftet. Was weiß ich. Redet gar kein Wort. Ist sehr auffällig. Wie sie sich erst vordrängelt. Ich bereite das Gift vor. Absch. Der kommt. Ach so. Die Mongolen waren hier? Die trinken hier alles leer. Sie haben guten Geschmack. Key-Sake ist der Stolz von Tsushima. Im Gegensatz zur Pferdepisse, die sie saufen. Ich glaube, es ist Stutenmilch. Ist da ein Unterschied? Wann kommen sie wieder? Bald. Versteckt euch und die Arbeiter. Ich kümmere mich um sie. Uh. Sake saufende Mongolen wegschlitzen, ja? Finde einen Ort für den Hinterhalt. Ich muss eine gute Stelle für einen Hinterhalt finden. Hergehört! Kommt alle her! Wir müssen hinter die Brauerei gehen. Wo uns niemand sieht. Der Traum hier wird unsere Beziehungen zu den Mongolen neu verhandeln. Neu verhandeln, ja. Mit dem Schwert. Die Verhandlung heißt Stahl für Freiheit. Machen wir das so. Dann wird schon mal ein bisschen ausgeräumt. So. Nein! B FORTUNIGWIRCH! Wera? ощ zu. G 생각이 aus. Sam! Deinem gibt es noch mehr. Oh! Noch mehr. So. Du hast nur einen macken. Dann话 ich unten. Ah, diese scheiß Schildattacke, ne? Alter, da fahre ich jedes Mal drauf rein. Also ich weiß nicht, wie oft ich noch von diesem Schild ins Gesicht bekomme. Alter. Oh, niedrige Gesundheit. Was ist das denn für ein Move? Das sieht cool aus, mit dem Licht gerade. So. Der lebt noch, der Dicke. Jetzt nicht mehr. Wo bleibt die Belohnung? Bin ich jetzt mal gespannt, was ich krieg? Es kommen mehr Mongolen, wenn diese Männer nicht zurückkehren. Könnt ihr bleiben? Ihr könnt so viel Sarke trinken, wie ihr wollt. Das geht dann aufs Haus. Ich fürchte, ihr müsst umziehen. Geht zum goldenen Tempel in Ariake. Dort suchen viele Zuflucht. Vielen Dank, mein Herr. Na, Gott sei Dank macht die das. Aber wir haben wenigstens ein bisschen Sarke bekommen. Immerhin eine kleine Erfrischung. Denkt daran, dass ihr noch umzieht, ne? Nicht, dass ihr doch noch von den Mongolen weggeschnitzelt werdet. Das war doch ganz erfolgreich. So, Nubu. Wir müssen. Wir haben weitere Aufträge zu erledigen. Ich sage, das geht relativ schnell. Und ich finde auch, das mit den Kämpfen, das macht echt fun. Ja, ich weiß halt nicht, wie das für euch ist zum Zuschauen. Für alle, die jetzt Bock haben auf die Story. Tut mir das natürlich leid. Ich könnte natürlich auch die die Parts, wo nichts passiert, kennzeichnen. Aber dann müsste ich hätte ich das am Anfang machen sollen. Ich finde, das gehört irgendwie alles dazu, oder? Mein Herr, seid ihr auch hier, um der Asamoliga zu helfen? Mein Herr, seid ihr auch hier, um der Asamoliga zu helfen? Ihr tätet gut daran, die Kami, um Hilfe zu ersuchen. Ihre Schreine liegen hinter den Toritoren. Ich frage mich oft, ob sie unsere Gebete hören. Sie hören alles und sehen alles. Wenn ihr euch beharrlich bemüht, antworten sie. Hab Dank. Ich versuche es weiter. So, jetzt reden wir mit ihr. Weißt du, so schön an ihr vorbei, die dachten auch, oh, ein Krieger? Und, oh, er hat ignoriert mich. Noch nie davon gehört? Bauern und Fischer haben sich gegen die Mongolen zusammengetan. Ich kam aus Ariake, um sie auszubilden. Ich bewundere ihre Tapferkeit. Wie geht die Ausbildung voran? Sie sollten mich schon vor Stunden hier treffen. Ich wollte sie gerade suchen. Ich reite mit euch. Für Tsushima. Dann helfen wir mal. Warum auch nicht? Dann los. Ihre Anführer sind in einem Gehöft in der Nähe. Sie werden wissen, wo der Haupttrupp ihr Lager hat. Dann sollten wir uns beeilen. Keine Zeit verschwinden. Oh nö. Aber Jyn, vielleicht wenn sie kämpfen kann? Nehmen sie doch mit. Was ist das? Trifft dich wieder mit der Frau, okay. Wenn die Mongolen sie gefunden haben, dann vielleicht auch den Haupttrupp. Ich hätte früher kommen müssen. Wir können die anderen warnen. Hört ihr? Sie können den Haupttrupp entdeckt haben. Wir müssen ihnen helfen. Schnell, mein Herr. Wartet. Natürlich halten wir Schritt. Nobu ist gleich am Start. Das treueste Pferd in ganz Tsushima. Oh, ich hoffe, dem passiert so nichts am Ende oder sowas, ne? Das erinnert mich auch so an Shadow of the Colossus. Da baut man mit seinem Pferd eigentlich eine super Freundschaft auf. Und dann am Ende. Na ja. Wir sind zu spät. Wir können nicht alle retten. Dann werde ich die Toten rächen. Ein Samurai bewahrt Ruhe vor einem Kampf. Wartet. Sei nicht so gestüm. Ihr werdet für eure Verbrechen bezahlen. Den Dicken können wir auch gemeinsam machen. Ich habe auch schon lange nicht mehr gemacht, den Himmelsschlag. Nein, 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 nein. Ihr Elenden. Ich würde ihr echt gerne helfen, aber ich muss glaube ich hier erstmal aufräumen. Ich habe keine Kuh mehr mehr. Verdammt. Oh, war das knapp. Oh Mann, ey. Wir haben es geschafft. Ja, nee. Du lagst am Boden und ich musste... Ich war unter Stress. Also sag nicht, wir haben es geschafft. So, mit links. Das ist eben nicht so. Ach Mann, diese Frau, ne? Also doch nicht zum Samurai geeigt. Ihr habt Talent. Doch ihr seid bei eurem Ansturm fast gestorben. Machen euch die Mongolen nicht wütend? Die wichtigste Waffe eines Samurai ist er selbst. Ohne Kontrolle riskiert ihr zu verlieren. Verstehe. Ich sollte nach Hause zurück. Und meine Gefühle beherrschen lernen. Kämpft weiter. Wir brauchen Leute wie euch. Doch vergesst die Lektion nicht. Das werde ich, mein Herr. Oh Mann, eigentlich wollte ich gerade sagen, sie gelobt Gebesserung. Aber, ähm... Ihr seid fast gestorben im Kampf der Mongolen. Na, hat er nicht ganz Unrecht. Hier lag er am Boden. So ein Fähigkeitspunkt. Hm. Nicht pausieren. Talisman der Verborgenheit. Ja, ich will sowieso ins Menü. Gegner geben 40% schneller mit der Jagd auf dich auf. Okay. Habe ich überhaupt einen Talisman-Platz? Nö, noch nicht. Wie viel brauche ich noch? Vier. Jetzt ist mal Zeit, langsam mal Füchse zu sammeln hier. Ausrüstung, Kleidung. Stimmt. Das Stirnband haben wir uns noch nicht angeguckt. Uh, das sieht auch nice aus. Vielleicht machen wir das jetzt erstmal ein bisschen so. Maske wieder ab. Oder die Finsternis-Maske. Oder die? Nehmen wir keine. Die sieht auch cool aus. Passt zur Rüstung. Perfekt. Ähm. Genau, Techniken. Da wollte ich ja eigentlich auch mal hier langsam... ...die ganzen Sachen mit aufwerten. So. Legendenerzähler. So, schnell aufgesessen. Wird nicht viel aufgedeckt. Tadayoris Ruhestätte. Machen wir das mal so. Ja, dann können wir eigentlich den Part jetzt mal richtig... ...schön. Der Himmelsschlag, ja. ...richtig schön beenden. An dieser Stelle. Wir sind in der Nähe des goldenen Tempels, ne? Da, wo der Wald golden erscheint, ist doch der Tempel. Ja. Gut, dann würde ich sagen... ...das war's erstmal für den Part heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann haben wir haben eigentlich nicht mehr so viel. Also vielleicht der nächste Part und vielleicht noch einen drauf. Mal gucken. Hier haben wir sogar noch Nebenquests, also Story... ...Nebenquests. Hm. Schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen... ...bis zum... ...nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.